Ein Ingenieur, ein Physiker und ein Microsoft-Programmierer fahren im Auto. Das Auto bleibt auf einmal stehen, meint der Ingenieur. Mist, das liegt bestimmt am Shell-Benzin, das wir vorher getankt haben. Sagt der Physiker, ach was, das liegt an der Zylinder-Kopfdichtung. Sagt der Microsoft-Programmierer, Moment mal, jetzt steigen wir aus und dann wieder ein und dann geht's schon wieder. Vielen Dank.